Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dissorned und dem Beagle. Mein Ehrgeiz wurde gepackt. Ich will dieses Spiel unbedingt schaffen. Man sieht anhand, glaube ich, meiner Speicherstände schon durchaus, dass ich hier viel Nerven verloren habe. Ja, ich will weg von dieser Brücke, bitte. Ich kann mir fast nicht vorstellen, wie schlimm es noch werden kann. Naja. Aber ich habe ja jetzt auch Baupläder und Schleichschuh gefunden. Vielleicht wird es dann nochmal ein bisschen besser. Ich finde nur, man wird wirklich sehr schnell gesehen. Wie viel habe ich davon eigentlich? Du hast neun Runen. Seit wann habe ich neun Runen? Wann habe ich das denn gemacht? Zeit verlangsamen. Ja. Ja, eventuell. Kostet acht Runen. Du hast sieben. Na, shit, dreck. Ja, dann warte ich darauf. Weil, äh, gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Weil wenn ich dann mal kurz, äh, sneaky deaky da durch muss, wäre das vielleicht gar nicht die schlechteste Investition. Wenn ich das kriege. Ich bin auch gespannt, wie sich die Schleichschuhe, ähm, auswirken. Die ich gefunden habe. Ich habe aber, als ich gesehen habe, oh, es gibt Baupläne, habe ich natürlich geguckt, welche ich schon verpasst habe. Habe traurigerweise festgestellt, dass ich eigentlich gar nicht wirklich viel verpasst habe. Und das hat mich wirklich traurig gemacht, ehrlich. Also, die Erkenntnis, dass es gar nicht so wild ist. Da ist, da ist, da ist er, ja. Hm. Ich liebe es, wie es sich drehen. Hä? Achso, da gehe ich wieder zurück. Nein, nein. Oh, voilà. Na gut, habe es verstanden, habe es verstanden. Okay, da muss ich jetzt mal, achso, ich bin nicht schlechert. Ah. Ich brauche dir jetzt sowohl als auch irgendwie, weil, dass der mich nicht gesehen hat. Ein Wunder. Ich bin jetzt genau da, wo ich nicht sein möchte, oder? Na gut, dann schauen wir mal, was wir hier machen können. Oh Gott, der kann mich sehen. Wenn der sich nicht noch zufällig wegdreht, kann der mich sehen. Kumpel, dreh dich weg. Komm, bist du mit Rauchen fertig? Vielleicht sollte ich nochmal neu laden. Da ist nicht so ein Gerät, ne? Ja. Geht der nicht weg? Geht der echt nicht weg? Geht der nicht weg? Rosie, bitte! Doch, er geht weg. Aber nicht richtig. Verdammt! Ey, es ist unglaublich. Es geht, es ist einfach so schnell. Wie die einem in Sekunden den Plan durchscheißen, ne? Das ist einfach so geil. Man kann die aber nicht noch eben kurz sneaky dann wegholen, dass man sagt, okay, ich pack mir die jetzt ganz schnell und gut ist, ne? Nein, 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 das geht natürlich nicht. Jetzt muss ich auch nochmal die Rune richtig machen. Gut, ich wollte aber ja auch eh nicht da hinspringen, also ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Wenn man mir diese Rune schenkt. So. Ja, ja, ich weiß. Ich will ja jetzt darauf sparen, eine Rune fehlt mir ja noch. Und dann habe ich das auch. Übrigens bin ich beeindruckt davon, um mal was Gutes über das Spiel zu sagen, wie viel Liebe und Mühe sie sich in die Lore gesteckt haben. Ähm. Dass der mich nicht gesehen hat, wundert mich immer noch. Ohne Ende. Ich bin gar nicht gesteuert. Ich liebe es, wie sie sich drehen und drehen. Wie ja, die Räder? Äh. Weiter und weiter. Wie das Rad des Lebens. Ach, scheiße. Was ist denn alles? Was? Was? Kann ich auch woanders machen? Braucht der sich jetzt wieder eine? Vermutlich, ne? Oh, da steht ja noch einer. Ja. Hm. Hm. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen, wenn der Tag das Glauben... Ja, was ist da? Und der runter? Ne, der steht halt unten, oder? Ja. Also der sieht doch voll aus, jetzt wird der da runter kommen, oder? Schön machst du das. Ja, ja. Mh. 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 Schreck mich nicht so, wie ich dich denn hin, Kumpel, damit du nicht umgebracht wirst. Ich frag mich grad, wenn ich dich auf ein Schiff bringe. Oh, das ist Monster, das ist Monster! Ah, ist okay, ich habe es verstanden, ich habe es verstanden, ich habe es verstanden. Ihr seid genauso schlimm wie die Ratten. Ich glaube nicht, dass es gut ist, den hier hinzulegen. Was macht der genau? Oh, der kommt hier hin. Ja, dreh dich weg, dreh dich, warte mal. Bevor das, oh, nicht laden. Bevor das hier alles wieder aimstellt geht, dann. Bevor die Scheiße hier wieder den Ventilator heftig trifft. Genau das meinte ich nämlich, Leute. Er steht da jetzt aber auch richtig bedröppelt oben. Ja, das ist wahr, diese Ratten sind überall, diese räudigen Scheißraten, ey. Dreh dich ein bisschen weg, Kumpel, dreh dich um, bitte. Dreh dich, dreh dich, dreh dich, irgendwann musst du dich wegdrehen. Bis hier runter kommt, nein, nein, du bist... Du machst die gleiche Runde wie dein anderer Brosi, kann das sein? Na gut, von mir aus. Ich bringe ihn auch mal darunter, in der Hoffnung, die Ratten erwischen die hier unten nicht. Wenn die Ratten sie erwischen, dann sind sie leider tot. Nichts, was ich jetzt wirklich möchte, wenn ich ehrlich bin. Aber auch etwas, was ich mit Pech auch einfach nicht verhindern kann. Ihr dämlichen Scheißraten. Aprikosentörtchen. Nehmen wir. Was ist das denn, der Typ, dich aufmachen kann? Der Typ, der Typ, der dich abmachen kann. Sorry, dass ich so viel speichere, aber ich will mir nicht schon wieder irgendwas verbauen, nur weil ich, äh... Ne, wenn ich halt ziemlich schnell gehandelt habe oder so. Okay, okay. Schnell genug sein, schnell genug sein, schnell genug sein. Und... Wo packe ich dich drauf, damit du nicht stirbst? Kann ich dich einfach nach da oben packen und dann bist du safe? Das ist jetzt nur eine Frage, also... Ähm... Ich hab zumindest die Ratten... Warte mal, ich versuche mal... Äh! Ich hab mir schon Hunger. Ja, warte. Ich meine, die sind ja nicht hier, also alles gut. Sokolovs Haus. Die müssen auch da oben dafür. Jesus Christ, was verlangen die hier von mir? Ich frage mich, was mit denen da drüben los ist. So richtig sicher bin ich mir gar nicht. Ich muss nach da oben, ob ich das möchte oder nicht. Ja, alles. Da ist einer. Ich speichle mal kurz. Eventuell ist das ein schlechter Moment. Das ist ein sehr schlechter... Ähm... Nein! Nein! Leude, leude, leude. Der da noch? Naja. Den kann ich easygoing weg... Ich kann den auch auf dem Tisch packen, hört man gerade auf. Ist eventuell ein bisschen schneller als... Oder ich kann ihn nicht auf dem Tisch packen. Dann machen wir das mal auch nicht. Ich weiß, dass ich Flaschen benutzen könnte. Aber... Wenn nun, ne? Ich hoffe, das reicht. So, jetzt... Ähm... Weichern. Vermutlich wird es jetzt immer so aussehen. Aber manchmal... Wie gesagt, ich habe ja auf der Brücke, nachdem ich so einen richtig heftigen Rage-Skill hatte, einen wirklich guten Moment gehabt. Und dann wird er im Moment weg. Und dann wird er im Moment weg. So, oder? Macht er es sich ganz gemütlich da oben? Dreh dich mal um. Bitte. Er macht es sich gemütlich und denkt sich, oh ja... Ich liebe mein Leben und so, denkt er sich. Der hier oben dürfte aber auch nicht sterben. Behaupte ich. Mana? Nee. Ich stimme auf. Ich will mal gucken, ob ich alles dezentriere. Das ist mir egal. Ah! Okay, das kann ich ja machen. Interessant. Hier scheinen aber auch keine... Keine Menschen mehr zu sein. Deswegen ich gar nicht so sehr sterben muss, glaube ich. Kann ich jetzt... Äh, teleporten? Ich kann teleporten, ja. Achso. Nee, das will ich natürlich nicht machen. Äh, nee. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Also, dass ich jetzt nicht sterbe. Warte mal, was ist denn da? Ah, 10 Meter von mir entfernt? Okay. Ist da irgendjemand? Da ist ne Passantin. Was ist mit der? Von der anderen Seite blockiert. Okay. Ich glaube, dann ist das ne Weinerin, wenn die Ratten so um sie rumtanzen. Also, wenn Ratten sie nicht wegholen ohne Grund, dann war das entweder die Gräfin oder ein Weiner. Warum gehe ich automatisch davon aus, dass die Gräfin von den Ratten nicht angegriffen wird? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ah, was ist noch? Hm. Was sind die Gräfin hier? Sieht ja alles ziemlich düster aus, ne? Aua. Wow. 64 Meter von mir entfernt. Ne, ich trinke doch bestimmt nichts hier raus. Also, sorry. Hier oben ist so ein Talisman. Eine Dalismane. 11 Meter von mir entfernt. Aber ich komme hier nur hoch. Na, irgendwie nicht so. Ich kann aber auch gerade mal hier so laut sein, wie ich möchte, wenn es ist. Aha. Du wirst es wissen, ne? Du wirst es wissen. 13 Meter entfernt. Hm. Man weiß nicht so recht, warum ich hier hoch kann. Was? Welchen Dialog höre ich denn da gerade? Ist aber noch einer? Nein, ohne das keine. Aber da... Ah, da oben kann ich bestimmt hin teleporten, oder? Ich möchte eigentlich niemanden umbringen, also... Ne? Benehmen wir wisch. Okay. Nicht so wirklich. Ähm. Ich möchte auf jeden Fall das Amulett noch haben. Wenn ich da drauf schieße. Hört man das dann? Ja, das hört man, Leute. Das hört man. Das bleibt nichts. Gut denn. Wo habe ich den denn jetzt? So. 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 Ah, da hinten. Hey, kann ich heute deine Elixier-Ration kaufen? Du bringst mich immer zum Lachen. Boah, das sind aber viele. Alle Hande werden von der Sonne nicht mehr. Boah, ich habe wieder die Augen. Die sind ein bisschen irre, die, äh, oder? Die Soldaten. Kommen die euch auch ein bisschen irre vor? Den hier kann ich mir holen. Wenn ich denn jemals dazukomme. Natürlich nicht. Ey, natürlich nicht. Natürlich nicht, Leute. Natürlich komme ich nicht dazu, mir den zu holen. Was auch sonst. Ich habe auch extra geguckt, Leute. Ich habe geguckt. Gibt es Mittel und Möglichkeiten für gute Stealth? Nein. Selbst das Dishonored Wikipedia sagt, dass das alles nicht so geil ist. Schnell sein, schnell, 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 schnell. Nein. Jetzt ist es. Oh, hat er, hat die mich erwischt? Ich bin nicht. Ich bring dich mal irgendwo hier hin, in der Hoffnung, dass die Ratten dich hier nicht erwischen. Ich werde glücklich. Oh nein. Er hat mich gesehen, oder? Schee? Er hat mich jetzt gesehen. Er hat mich gesehen, aber... Alter, wo geht er hin? Ne, ohne Witz, wo geht er hin? Folgt er ihm? Nein. Das ist okay. Ich bin jetzt schnell. Okay. Fuck, die Leiche. Wie gesagt, ich hoffe, hier sind die sicher, wenn ich die hin schmeiße. Diese armen Menschen haben mit nichts was zu tun, habe ich das Gefühl. Das sind doch jetzt Zivilisten, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Alter, da wimmelt es nur so von Ratten. Ihr wimmelt es nur so von Ratten, ey. Okay, ihr Lieben, ich mache hier einen Cut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Würde ich sagen... Oh Gott, nein. Oh, nein. Weg von mir. Oh, Mann. Das ist widerlich. Haut rein. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.